Beatrice Egli steht endlich wieder auf der Bühne. Die Schlagersängerin kann wieder vereinzelte Konzerte spielen. Am Wochenende ging es für sie nach Balingen, wo sie in einem besonders ungewohnten Look überraschte. Für den Auftritt hatte sich die Beauty für Extensions entschieden und rockte die Bühne mit einem langen Pferdeschwanz. Auch in Sachen Kleidung wurde es sexy. Gleich mehrere enge Kleider kamen zum Einsatz und betonten die sexy Figur der Sängerin auf der Bühne. Beatrice hatte richtig viel Spaß. Sogar eine Kleiderpanne konnte sie nicht aus dem Konzept bringen, wie sie anschließend auf Instagram verriet. Denn bei einem der Outfits wollte der Reißverschluss einfach nicht zugehen. So trug Beatrice kurzerhand eine Crewjacke über dem Kleid. Den Fans ist diese Panne sicherlich kaum aufgefallen. Und auch Beatrice fand den Vorfall eher lustig als nervig. Nach dem Konzert bedankte sie sich auf Instagram bei ihrem Publikum. Ihr habt mein Herz gerockt, Balingen. Wir sind schon gespannt auf die nächsten heißen Bühnenlooks von Beatrice Egli. Tony Also Neuem